Hast du einen schwachen Magen, wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Leider sieht er nicht ganz so normal aus, auch hier hat die andere Paralleldimension Einhalt gefunden und Walter ist hier auch irgendwo unterwegs und wir wollen eigentlich, glaube ich, denke ich zumindest mal zum Apartment des Hausmeisters, um die berüchtigte Nabelschnur zu finden, die wir brauchen, um Walter Sullivan zu töten. So, wir haben hier eigentlich alles gesäubert beim letzten Mal, deswegen gehen wir mal durch diese Tür und treffen, oh, das sind Patienten heißen die, zumindest auf Englisch heißen die Patients, habe ich gelesen. Töte das schnell, schnell, da kommt nämlich noch einer, oh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, komm, töten, töten, okay, draufsteigen, oh, ich muss ja auf die zweimal drauf treten, verdammt, habe ich ganz vergessen, nicht mich schlagen, du Arschgeige. Ich muss noch mal auf die drauf treten, Aileen, oh, oh, das sind so viele, das sind viel zu viele, was sollte die Scheiße hier, alter Schwede, Schlagdachter, drauf, äh, man, Aileen, mach dich nützlich, bitte, mach irgendwas, oh, danke schön, oh, man, oh man, lebt jetzt noch einer? Ne, die sind alle tot, und der auch, toll, damit ist meine ganze Energie wieder weg, ha, yay, was für eine Scheiße, äh, wenigstens ist hier jetzt nichts mehr. So, wir sind im, ist da noch was? Ich habe gerade wieder was gehört. Wen höre ich da? Irgendwas höre ich da. Wir sind im Stiegenhaus, und, oh nein, wir können in alle Gänge, oder was? Hoffentlich müssen wir nicht irgendwas aus irgendwelchen Apartments holen. Das dauert wieder sehr ewig lang, ich möchte mich hier nicht lang aufhalten, ehrlich gesagt. Okay, wir schauen mal da rein. Da ist was. Oh, das ist Walter. Oh, du verdammte Scheiße. Ich habe nämlich nicht gespeichert, und, äh, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich ziemlich gearscht. Ist auch hier Walter? Okay, hier ist jetzt mal kein Walter. Ich brauche ganz dringend ein Loch. Verdammte Kacke. Ich mag das so, das gefällt mir gar nicht. Irgendwie. Ich brauche ganz dringend ein Loch. Oh, oh, Nerstoffdrink. Huh. Okay, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Nicht besonders viel, aber ein bisschen. So, ähm, hm. Hier irgendwas. Nee, und mir fällt gerade ein, ich habe Aileen draußen stehen lassen. Aber da draußen waren ja keine Viecher, insofern sollte da nichts passieren. Ähm, okay, ich kann nicht in die Küche, oder? Nee. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ähm, ich glaube, wir werden uns sparen, nochmal in die Wohnung zu gehen, in der Walter ist. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. So. Äh, die sind noch alle tot. Wir können nicht nach unten. Das heißt, wir müssen nach oben. Aber eigentlich wollen wir nach unten, denn die Wohnung des Hausmeisters ist, soweit ich mich erinnern kann, unten. gewesen, zumindest. Es kann sein, dass sich das jetzt in diesem Raum Zeitgefüge geändert hat. So, Pistolenmunition. Why not? Ich könnte überhaupt mal ausrüsten, fällt mir gerade ein. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ein bisschen Energie zu sparen. So, schauen wir erstmal hier rein. Oder, ich weiß nicht, was sagt denn die Karte? Oh, die Karte sagt gar nichts. Oh, hier sind wir auf der anderen Seite jetzt dann von 301, äh, 1, 2. Weil das ist ja unser Apartment hier. 302 ist hier. Und da waren Gitter, da konnten wir nicht durch. Deswegen sind wir über 301 ein Stockwerk nach unten gegangen. Sind hier jetzt durchgelaufen, haben das hier alles gecheckt. Und, ja, hier ging es nicht runter. Eventuell ist hier noch irgendwo eine Treppe, vielleicht in diesem Apartment. Wir müssten irgendwo runter. Nämlich, das wäre ganz toll. Noch ein Stockwerk. Also, in den, in den ersten Stock oder ins Erdgeschoss, wie es ja bei uns heißt. Wir schauen mal da rein, was da ist. Hoffentlich mal kein Walter. Nee, kein Walter, das ist schon mal gut. Ähm, was ist denn hier? Hier ein Walter. Hier ist auf jeden Fall mal viel Blut. Und Revolverkugeln. Oh, oh. Du Pisser, verpiss dich. Ah. Mann. Das ist Eileen's Blut. Oh, das war Eileen's Wohnung. Du sollst nicht das Blut untersuchen, du sollst da drauf treten. Oh, Mann, bist du blöd. Ja, das ist Eileen's Blut, danke. Ich habe es gelesen. Haben wir hier vielleicht ein Loch? Schloss ist kaputt. Tür ist fest zu. Ähm. Kaputt. Kann ich nicht öffnen. Vielleicht komme ich hier in... Irgendwo in mein Apartment rüber, so über eine Abkürzung. Wo ist denn eigentlich das Loch in der Wand? Oh, das ist vermutlich in einem der Räume, in dem ich... In den ich nicht kann. Oder in die ich nicht kann. Hier auch nicht rein. Nee. Haben wir hier irgendwas Nützliches? Kräuter! Oh nee, das ist ja nicht Resident Evil. Hä? So. Ähm. Dann haben wir noch 304 und ein bisschen Lag. Muss ja auch mal sein zur Abwechslung. Und wehe, hier ist jetzt wieder Walter drin. Ne, schon mal kein Walter. Das ist gut. Oh, aber Wallman. Fuck you Wallman. Verpiss dich. So, der ist mal Doth. Das ist ein Song für ihn. Das ist ein Song für ihn. Ein Nährstoffdrink, oder? Ja. Yay. Und wir machen gleich wieder einen Platz frei. So. Ist hier noch was? Was sind das für Lichter da? Oh, das ist ein Bug. Vermutlich, oder? Ja. Ich kann hier nämlich nicht rein. So. Gut, dann haben wir auch das geklärt. Und können uns hier wieder verpissen. Walter irgendwo? Nee. Okay, das ist schon mal positiv. Gut, dann schauen wir mal in den anderen Gang, der ja da noch war. Hier irgendwo ein Walter? Nee, kein Walter. Okay, der war dann doch wohl nicht hier. Kein Gang mehr da. Blöde Sache. Wir haben aber kein Item gefunden, das uns irgendwo weiterhelfen würde. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Steht Walter da unten? Nee. Ähm. Wie komme ich ins Apartment des Hausmeisters? Ich schaue nochmal auf die Karte. Vielleicht hilft mir das irgendwie weiter. Naja, 206. Da war Walter drin. Da könnte es weitergehen. Da oben ist ja... nichts. Nee. Da ist nichts. Außer unser Apartment noch. Da könnte ich auch mal wieder reinschauen. Da könnte ich nämlich speichern. Hm. Ähm. Ich glaube, ich speichere mal. Das wäre, glaube ich, wichtig. Denn ich möchte hier nicht krepieren und dann wieder den ganzen Scheiß nochmal machen müssen. Von daher gehen wir mal hier rein. Das ist allerdings nicht unser Apartment, fällt mir gerade ein. Ah ja, genau. Wir mussten ja hier durchs Loch gehen. Ähm. Aber ich habe Aileen dagelassen. Hm. Ei, 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 ei. Eileen, bitte, danke. So. Wir müssen hier durch... Irgendwo durch, oder? Hier, glaube ich. Genau. Hier ist ein Loch in der Wand. Da gehen wir mal durch. Und wir kommen raus in dem... Ja, mit dem Gemälden. So. Und hier war... Was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Kann ich auf das schießen? Bewegt das irgendwas? Nee. Okay. Wo ist unser Apartment eigentlich hier? Das hier ist unseres, oder? Nee, das ist zwei... Ah ja, genau. Wir müssen ja einen Stockwerk rauf auch noch. Ah. Mann, Mann, Mann. Bin ich vergesslich. So. Hier rauf. Na. Geht doch. So. Hier hören wir wieder diese Frau seufzen. Und ich habe auch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber hier ist keine Frau, insofern... Ja. Äh, drauf geschissen, ne? Quasi. Was höre ich hier jetzt wieder für komische Geräusche? Okay, das ist einfach nur die Ambience. Ist hier ein Walter und... Oh. Wir sollten zu unserem Apartment zurückgehen. Na gut. Hallo, Walter. Ähm. Schauen wir mal, was sich da drin getan hat. Okay, wieder First Person View. Und Aline kommt nicht mit, natürlich. Ähm. Was wollte der kleine... Was wollte... Was wollte der kleine Walter jetzt von uns? Was ist eigentlich mit unserem Loch passiert? Das ist noch offen. Wo komme ich da hin? Ah, da komme ich wieder in die andere Dimension, oder? Die steht uns jetzt auch noch offen. Die Vergangenheit quasi. Ähm. Was wollte... Wollte Walter hier? Vielleicht schauen wir mal zur Leiche vom... Großen Walter. Wolltest du was? Ist das der wahre Walter Salvin? Er stinkt furchtbar. Ich schätze, er war schon lange hier, bevor ich eingezogen bin. Ähm. Okay, hier ist aber nichts passiert. Irgendwie kann ich das Buch lesen? Ich wollte das Spiel austricksen, aber es lässt mich einfach nicht. Ja, was soll ich hier jetzt eigentlich? Was ist eigentlich, wenn ich hier durchs Loch schaue jetzt? Äh, nein. Nicht den Text lesen. Ja, ja. Durchs Loch schauen. Nichts. Nichts. Sehr schade eigentlich. Okay. Was ist, wenn ich durchs Fenster schaue? Dann ist vermutlich auch nichts, oder? Hm, nee. Oh ja, eigentlich ist schon was. Es sind keine Leute da. Es fahren aber Autos und es gehen Fußgänger, aber an den anderen Fenstern sind keine Menschen. Was eigentlich sehr verdächtig ist. Es wäre ziemlich creepy, wenn die jetzt alle am Dach stehen würden und auf mich zeigen oder so. Aber das würde nicht zu Silent Hill passen, leider. Ähm, okay. Ich werde hier auf jeden Fall mal speichern. Ich habe noch keine Ahnung, was der kleine Walter Salvin von mir wollte. Aber wir werden es gleich rausfinden, denke ich. Mal kurz auf die Uhr schauen, ob wir jetzt hier noch weitermachen oder nicht. Nee, wir machen hier jetzt nicht weiter. Ich glaube, es ist gerade mal wieder so halbwegs Zeit. Ist zwar ein bisschen kürzer geworden, aber ich werde hier jetzt einen Schnitt machen. Und beim nächsten Mal werden wir mal durchs Loch gehen. Also das in unserem Abstellraum, würde ich mal sagen, ist das. Und in das Apartment der Vergangenheit gehen, um zu sehen, ob Walter vielleicht dort irgendwas wollte oder so. Keine Ahnung. Ja, das werden wir beim nächsten Mal machen. Bis denn. искren Essen. Wir werden uns daけкретisch meinen partei�ancell merken. Wir werden uns da-klag audible hören.